Sie möchten, dass alle Kinder in Deutschland eine faire Chance haben? Dann engagieren Sie sich gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen der Gehaltsspende dafür. Das geht einfacher als Sie denken, ganz ohne zusätzliche Software und mit maximaler Datensicherheit. Wir richten Ihren Mitarbeitern ein eigenes Online-Konto ein, über das Sie jeden Monat einen kleinen Betrag von Ihrem Gehalt spenden können. Auf diesem Konto sind auch Informationen über unsere Projekte zu finden. Und für Ihre Spenden gibt es auf Wunsch eine jährliche Spendenquittung. Über ein Administrationskonto, das in Ihrer Lohnbuchhaltung betreut wird, lassen sich die Zu- und Abgänge Ihrer Beschäftigten verwalten. Die Spendendatei für Ihr Abrechnungssystem wird monatlich über dieses Konto heruntergeladen. Damit Sie die Spenden als Netto-Lohnabzug in Ihr Lohnbuchhaltungssystem importieren können, programmieren wir Ihnen die Datei im passenden Format. Für die Einrichtung der Konten benötigen wir nur eine Identifikationsnummer Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Spendenbeträge, die Sie Ihren Beschäftigten zur Auswahl stellen möchten. Wir machen uns stark für die Kinder in Deutschland. Unterstützen Sie uns dabei!